Ja, schade heute, dass es leider nicht für den Lucky Punch gelangt hat, den wir in den letzten Wochen oft setzen konnten. Zwischenzeitlich, zweite Halbzeit, das 1 zu 1 erzielt, war mal wieder drin im Spiel. Ja, dann Koblenz wieder stark geworden, dann mussten wir auch wieder verletzungsbedingt wechseln. Sind wir ein bisschen eingebrochen, zum Schluss dann auch nochmal 1 zu 2, ja, gute Chancen gehabt, wo es dann leider nicht gelangt hat. Ich denke, trotzdem können wir mit der Leistung heute zufrieden sein, außer jetzt in Koblenz. War uns von Anfang an klar, dass es nicht ganz leicht wird, aber ja, ich denke, wir können zufrieden sein, schauen, was die nächsten Spiele jetzt noch hergeben und immer weitermachen. Und ja, wir hoffen auf weitere Unterstützung von uns im Verhältnis. Amen. Amen. Amen.